So, herzlich willkommen wieder mal bei einem Let's Play OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Wir sind hier auf einer tschechischen Karte und zwar Dornikunice. Da gibt es zwei kleine Linien zu fahren. Wir fahren jetzt erstmal die Linie 512, weil da habe ich Matrix-Anzeige, bei der anderen irgendwie bekomme ich da keine, bei der neuen bekomme ich da keine Matrix-Anzeige zu sein, aber deshalb fahren wir die alte, die kürzere, leider die Nummer auf 512, also die Linie 512 vom Trubus Sani nach Dornikunice-Masarikovo-Nam und dann wieder zurück mit einem ganz besonderen Bus. Den finde ich sehr geil. Es ist ein tschechischer Bus der Soar CN12 mit Handschaltung, also keine Automatik, kann man auch als Automatik fahren. Nur leider bekomme ich hier keine Linienliste aus dem Drucker, wie in vielen Videos gesehen, aber wer mir da Info geben kann, wie ich da irgendwie eine Linienliste auf den Bus bekomme oder aus dem Drucker bekomme, da kann das dann bitte in den Kommentaren schreiben. So, wir starten erstmal den Bus, weil es geht auch schon in drei Minuten los. Bus hat, glaube ich, eine 6-Gang-Schaltung. So, tja, hier gibt es irgendwie die Linienliste zum Ausdrucken, aber bin ich leider zu blöd. So. Wir wählen die Linie 512. Umlauf, äh... Keine Ahnung, sieht man gut hin. Da habe ich schon mal nix stehen. Dann versuchen wir doch mal zuerst 0,2. Keine Ahnung. Dorni, okay, das ist unsere Institution, stimmt hier. Also, Linie 512, Dorni Konnice. Das ist der Bus von außen. So, wir müssen auch schön kurz los, aber bevor wir losfahren, das Wichtigste, was ein Busfahrer zu machen hat, wir trinken erstmal ein Bier, oder? So, nein, es reicht aber. Dann hätten wir noch paar andere Spielereien hier. Könnten wir noch etwas aufrüsten. Ja. So, Licht. Kann es auch losgehen, würde ich sagen. So, Licht. So, Licht. So, da will auch schon jemand rein. So, Licht. So, Licht. Tie Filz. Brü przed questions utilizar. So, annual lighting is a bit αποfunden. Which mientras we can't show that we are now joining him. Aber mal ganz was anderes hier. Ich hoffe nur, wir müssen nicht zu viele Fahrkarten kassieren. So, das wären dann 81 zurück, wenn ich richtig gelächelt habe. Ja, zu viel Rückgeld. Was zahlst du mit 100 selber Schuld, würde ich sagen. Was zahlst du mit 100 selber Schuld, würde ich sagen. Was zahlst du mit 100 knows? O eso wäre es nicht. Wir haben eine Verspätung. Ein Verkehr hier auf der Schmalenstraße. So, nächste Hardwelle, Dornikonice, Drobusantska. Nur back up geht er doch, der Bus. So, jetzt geht's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ja, immer schön cool bleiben da hinten. Also, wenn man mir vielleicht sagen kann, wie man die Leneliste in den Bus bekommt, dann... Vielleicht weiß das hier jemand. Okay. 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 Wir stehen aber auch hier. Das ist doch der helle Wahnsinn. Okay. So los geht's. Ja. Was das aber auch heißen mag. gut. Kann ich so kurz durchfassen. Ich würde gerne nicht diese neue Linie gefahren. ist etwas länger aber, ja, leider keine Matrix anzeigen, bei deinem Bus da müsste noch irgendwas hinter Бог da dem Hof. glaube ich gehen würden aber da bin ich überfragt du bist w w w w w Klingel Dobre. 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 So, was wolltest du jetzt hier? Bist du eine Fakade, oder was? Ich weiß nicht, dass du willst. Vielleicht so eine hier, oder? Ah, okay. Bitteschön. Da ist nicht irgendwo Geld gelegen. So. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Der Schnauze, würde ich sagen, war etwas zu scharf gebremst hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, bis zum nächsten Mal.